Herzlich Willkommen bei Welt99. Ich stelle mal hier das neue Projekt vor, ein Hyundai i30 Turbo Baureihe 2, also MK2. Das gibt das neue Projekt hin, mit dem werde ich auch zum Wörtersee fahren. Und ja, es wird noch viel auf uns zukommen, mit Felgen, Fahrwerk und Auspuffanlage, also Folie, alles. Es wird alles kommen. Und wenn wir jetzt einmal so kurz runtergehen, sehen wir einfach, dass der noch original ist. Und ja, es wird viel kommen mit dem Projekt. Felgen haben alle Macken, aber es sind eh nur Windereifen. Was mir sehr schön an dem Auto gefällt, ist die Duplexanlage, wenn wir so nach hinten gehen. Sehr schön, aber soundtechnisch kommt da nichts raus. Ich kann mal ja kurz starten. Das ist ein 1,6 Liter Turbo i30, hat 53.000 km runter und ja, hat 186 PS und macht wirklich Spaß. Was haben wir gemessen? Was haben wir gemessen? 0,100, ich glaube 7, 8 oder so, irgendwie sowas. Haben wir schon gemessen, ein paar Ladedruck. Wird auf jeden Fall noch mehr, denke ich mal. Und wenn wir uns jetzt mal den Motor so anschauen. Ja, ein 1,6 Liter Turbo, wie gesagt. Und 53.000 km. Und ja, Felgen sind auch schon alles da. Direkt dein Spritzer. Wird auch direkt alles noch kommen. Und ich fange jetzt so mal, ja dafür wird es kein Video geben, denke ich mal. Aber was wir hier sehen, diesen großen silbernen Grill, der wird auf jeden Fall schwarz. Und das kann ich schon mal verraten. Und ja, ich wünsche euch einfach noch viel Spaß mit dem Projekt. Und dann gibt es jetzt noch einen kleinen Karpern, wie er da steht. Und ja, das wars dann auch. Viel Spaß bei dem Video noch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Outro